Viele junge Leute, die gerne in dieser Gemeinde wohnen wollen, müssen leider zwischen einer Stassilplanerin oder weiter über ihren Alten wohnen. Weil er in dieser Gemeinde und abortablen Wohnraum fehlt, sie wird für sie lohnen oder für sie kaufen. Das, was auf der Markt kommt, kann leider kaum noch in sich lehnen. Für den Entgehen zu wirken, proposiert der SAP Betebüsch die Schaffung von einer Wohnungsbauagence in der Gemeinde, der als Promoteur Publik abortablen Wohnraum kauft, baut und verlohnt. Doch oft wollen wir auch neue Zonen definieren, wo alternativ Wohnformen, wie z.B. Tiny Häuser, können abgestalten, in der Stadt gehen, für so der Wohnungskrise entgehen zu wirken. Auch Privatleute, die einen abortablen Wohnraum schaffen wollen, wollen wir unterstützen, indem sie den administrativen Abwand und Topplage vom PRG vereinfachen. Es ist Zeit für mehr bezahlbaren Wohnraum.